Was ist ein Hexer eigentlich? Hilfst du? Hey, am Laufenden weg? Ich habe auch keine Ahnung, wie man da hinkommt. Das zeigt mir immer da hin. Aber von da komme ich nirgendswo hin. Hä? Das ist mir ein Reizel. Das ist mir ein Reizel. Was soll ich dir? Ist ja mal wieder hier. Hm. Das ist so verwirrend. Ja, das ist genau die Gegend in die letzte Richtung. Warte. Guck mal auf die Map. Wir müssen hier lang. Das ist wahrscheinlich der Weg. Es ist nur der Hexer. Hä? 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 Bum 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 bum. Was ist das? Hier bin ich? Nein, hier bin ich. ja hier war man doch schon nicht okay das spiel ist wieder abgeschnürt keine ahnung warum einfach wir wollen den abschmieren klar als wen der alter ein held wie lauft er weg alter die der hält fast gar nichts aus war der g-g-g-g-g Auf die Anderlinge! Da. Meine Güte. Nein. Weckstecken. Einfach nur wegstecken. Wie geht denn das? Dass man aber die Steuerung gar nicht sehen kann, oder? Was für... Alter, das ist... Hm? Okay, jetzt funktioniert das, oder was? Hm. Ja, du mich auch. Ja. 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 Ich hab zwei. Verdammt. So, Alter. Und den Schauf. Oh, Twiss. Ich bin gespannt, was von diesem Wrack noch übrig ist, von dem Cedric gesprochen hat. Wenn es von einem Kairan attackiert wurde, nicht viel, schätze ich. Zum Glück suchen wir nicht nach menschlichen Spuren, sondern nach denen des Ungeheuers. Warte. Sprech an. Sprech an. Ja, und schwab mich auch, wann der erste Sex kommt von Kairan. Das ist so klischeehaft bei dem. Komm, geh. Boah, sieht derbe geil aus. An der Farbe, ne? Hey. CF. Krass. Ah, wir sind da. Hey. Siehst du diese Spuren? Ja. Ein grässlicher Ort für einen Spaziergang. Es sei denn, man ist auf der Suche nach tiefen Eindrücken. Das hier ist sie nicht zuerst gesprungen. Äh. Äh, äh. Hinter dir. Tschüss. Schon wieder das Medaillon. Oh. Wett. Hat mir schwachen. Geht hier echt? Alter. Alter, was ist das? Der kann gar nichts mehr aushalten. Der kann nichts mehr aushalten. Der hat doch keine Rüstung anhalten. So, äh, so halt, äh, sieht das aus. Ist voll lächerlich, wie wir ihn nicht da aushalten können. So. Kommt die Schose. Okay. Siehst du nicht. So. Ich komm mal mit runter. Ne, doch nicht. Jetzt kämpft die Gegend. Na klar, die kommen ja nur, wenn ich runtergehe, weißt du? Ist klar. Alter, ist das eklig hier. Voll. Schon wieder das Medaillon. Oh, come on. Ich ziehe die Gute ab. Nein, das wollte ich nicht. Pflanze, der Strepp ist. Jau, klar! Natürlich! Ah doch, kann ich noch nicht machen. Was, war ich lange? Ich helfe jetzt. Da kriegt man feuchte Augen, was? Lass uns nach den Spuren suchen und dann von hier verschwinden. Und davor speicher ich. Kein Ahnung, warum aber speicher. Was soll das denn hier? Was soll das denn auch sein, hey? Mach dir erst eine Truhe. Verschlossen. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ja. Cool. Da stand ein Bericht eines Captains. Oh, wer könnt ihr ja selbst durchlesen. Was? Okay. Was ist das gewesen? Nee, doch nicht. Augenblick mal. Was hast du vor? Einfacher diagnostischer Zauber. Sollte uns ein paar Fragen beantworten. Er ist krank, Geralt. Ein sterbendes Ungeheuer. Wie lange lebt er noch? Ein paar Jahre. Vielleicht ein Dutzend. Zu viel. Was hat er? Jede Information kann nützlich sein. Der diagnostische Zauber zeigt, dass ein Teil seiner Zellen mutiert ist. Was weißt du noch? Er ist ziemlich giftig. Kennst du ein Antidotum? Dein Hexerstoffwechsel müsste die Toxine neutralisieren, sofern die Dosis nicht allzu groß ist. Aber verlass dich nicht allein auf deine Mutation. Das Elixier aus Schattenbeinwurz erleichtert die Sache. Das Kraut kenne ich, weiß aber nicht, wo es wächst. Ob ich den Kairan ohne Schutz durch das Elixier töten kann? Wie du meinst, ich hab dich gewarnt. Sheila brennt vor Ungeduld. Aber geh nicht zu ihr, sondern frag die Einheimischen nach dem Heilkraut. Diesen Cedric zum Beispiel. Hier, das ist das Rezept für das Elixier. Jetzt wende ich mich wieder meinen Problemen zu. Kommst du klar? Mhm. Auf Wiedersehen. Au. Ich mag es, dass es halt noch mehr kommt, ne? Mann, wo ist der jetzt hier? Finde ich Schattenbeinwurz. Achso. Ich sag ihn zu Cedric. Klar. Boah. Fußfall geschlossen. Hm. Wieder hoch. Hm. Hm. Warte. Nein. Gut gut. Perfekt. Was ist das denn? Achso. Ah, achso. Kräuter. Diese Kräuter, Kräuter, Kräuter. Wie bei, äh, wo sind immer diese Kräuter? Kräuter. Da haben wir noch einen Schatz gefunden. Fantastisch. Aber immer diese langen Reh. Ne? Ich glaube, ich glaube, es ist ein Teleporter. Ich glaube, ich glaube, es hat noch einen irgendwann gibt. Die sind tödlich. Gut. Allzeit bereit. Ähm. Der ist erscheinend wieder da oben. Ja, der Isar. Ich brauche Schattenbeinwurz. Das ist ein sehr seltenes Moos. Es wächst unterirdisch. Da gibt es ein paar Höhlen tief im südlichen Wald. Wenn hier überhaupt Schattenbeinwurz wächst, dann darin. Vielleicht komme ich noch mal her, wenn du nüchtern bist. Hexer sollen ja lange leben. Dann hast du vielleicht eine Chance. Gutes Gelingen. Sei gegrüßt, Hexer. Ja. Das war nur noch für jede Aktion. Das dauert viel zu lange. Ja. Wo ist das jetzt? Oh, du Scheiße. Ist aber weit. Hm. Hm. Das war nur noch für jede Aktion. Ich habe mich noch nicht gegrüßt.